So meine Freunde und damit herzlich Willkommen zu einer Runde Among Us Ich kann eh erzählen was ich will im Crew Band Runden, weil meistens sind die Scheiß langweilen und schlagen eh nicht hoch Ich kann erzählen, dass René mir mir anvertraut hat, dass er sich nach dem Fußball in die Hose gepisst hat Oder, dass Elia mir anvertraut hat, dass er doch Emotionen hat und manchmal bei Filmen gerne weiß Ich könnte das aber auch nicht erzählen, nur bei dem nächsten Beichten Video erzählen davon Schwierig Ich bin ganz unschuldig Ich bin ganz unschuldig Ich hab mich auf die kleinen, mich als erstes so bringen wir nicht wieder aufhören Ich hab' gar keinen gesehen, die Runde Ich hab' gar keinen gesehen, die Runde Ich hab' die, ich bin von Recht, ich bin nach 60 Jahren und hab' nur im Recht und mein einen Task gemacht Das kann Cheeseburger bezeugen, mich, oder? Ja, du hast mich doch gesehen Cafeteria von links nach rechts Cheeseburger, du hast mich doch gesehen, wo ich unten war, richtig? Ja, haupt Ja, haupt Ich seh' die Mütten, ich komm' die Mütte Cheeseburger, der kam von rechts oben Der kam von rechts oben Ja, der kann's nicht sein Also ist Chris, der Einzige, der da nix gesagt hat Ja, eigentlich ja Ja, easy raus mit dir Wer ist Chris? Wer ist Chris überhaupt Dieb? Dieser Diebwinter Dieser Diebwinter Na, oder hat Lukas Nein, Diebwinter Lukas tut uns an, der bin ich Oh, was? Oh, du hast es ein bisschen spät gesagt, alter Dieser Diebwinter Hä, ich check jetzt gar nichts Hä, wer ist denn Chris? Ist, äh, Finn, der... Ist Chris überhaupt dabei? Der Christ wieder Diebwinter Hä, Christ Oh nein, Christ Christ ist der, der getötet wurde Easy Easy Keine Ahnung, warum wir gewonnen haben Aber starke Runde Wow Das war der Weiße, der tot war Hey, das Motiv ist egal Wir haben's geschafft zu gewinnen, Alter Ja, so macht man das halt Easy Clip Zwei Minuten voll, kann ich hochladen So, damit vielen Dank für uns sofort Mit dem Outro